Also ihr Lieben, es ist ein ganz, ganz großer Moment, wirklich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches für mich und ich bin super stolz, dass ich diesen Moment mit euch teilen kann, denn heute ist offiziell mein Buch erschienen und es ist sozusagen auch in meinem eigenen Verlag erschienen, also es ist sozusagen eine Doppelpremiere und das ist eine ganz besondere Erfahrung für mich, weil ja, es ist sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt einfach mal, ich werde jetzt diesen Champagner, ich werde nicht viel trinken, weil sonst bin ich der deutschen Sprache nicht mehr mächtig, ich vertrage nämlich nichts, aber ich trinke schon mal auf uns alle und auf die vielen, vielen inneren, wundervollen Kinder, die endlich befreit werden und die sich endlich trauen und ich stoße mit euch an auf meinen großen Ehrentag. Das heißt, ihr könnt euch gerne auch alle laut schalten, weil wenn alle sich laut schalten und einfach Juhu schreien, genau. Also macht euch mal alle laut. Glückwunsch, Michaela. Glückwunsch. 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 Ja. Bravo. Dank. Super. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ein Abenteuer, darf ich euch sagen, weil ich habe angefangen, also ich habe schon vor zehn Jahren angefangen, so vor zehn Jahren habe ich schon die ersten Kapitel geschrieben und habe das Buch einfach, wenn man so ein Buch in sich trägt, kennt ihr wahrscheinlich auch, ich will immer ein Buch schreiben und ich habe schon sehr, sehr lange kein Buch mehr geschrieben. Das letzte Buch ist, glaube ich, fünf oder sechs Jahre her und das innere Kind, das hat mich ja immer schon begleitet, das wisst ihr ja, ihr habt ja viele Seminare auch mit mir gemacht oder Familienaufstellungen zum inneren Kind und wie gesagt, diese Kapitel wurden von einem Computer zum nächsten immer auf der Festplatte weitergetragen, weitergetragen und jedes Mal, wenn ich den Ordner sah, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und dachte mir, Mann, wieso schaffst du das denn nicht, jetzt dieses Buch fertig zu schreiben? Und dann habe ich mir selber ein Versprechen gegeben und habe gesagt, so, ich verspreche mir jetzt, dass ich vor meinem 60. Geburtstag dieses Buch fertig kriege und es veröffentliche und dann hat uns auch noch unsere Verlegerin besucht und da habe ich das gepitcht und habe gesagt, du, ich bin jetzt dabei, das Buch zu schreiben, das ist die innere Kindthematik und die ist überhaupt nicht darauf angesprungen, überhaupt nicht. Also, die wollte unbedingt, dass Pierre wieder ein neues Buch schreibt, aber bei mir war sie sozusagen Teflon, ne, nix, gar nicht reagiert und vielleicht aus Höflichkeit hat sie gesagt, ja, du kannst mir ja das Manuskript mal schicken. Und ich habe ja schon mit so vielen Verlagen zusammengearbeitet, ja, mit Pierre und Einzelnen und, 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 und ich weiß ganz genau, was das heißt. Das heißt, sorry, Michaela, das, das nehmen wir jetzt nicht in den Verlag auf, so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt erst recht und es ist ja meine Chance, etwas Neues zu machen, ein neues Abenteuer zu wagen und habe es in meinem eigenen Verlag veröffentlicht. Der große Vorteil davon ist, ist, dass ich alle Rechte habe. Das bedeutet, ich habe auch alle ausländischen Rechte. Ich kann das jetzt selber übersetzen lassen auf Englisch, Französisch, Portugiesisch, Serbisch, Kroatisch, Krainisch. Ich kann das übersetzen und ich kann das alles in dieses wunderschöne Grafikdesign einfügen lassen von meiner Grafikerin. Und ich zeige euch dann jetzt auch die Innenseiten, wie das im Buch ausschaut, weil ich hätte ohne meine Lektorin Lena Schiller, die ich vom Groh Verlag mitgenommen habe und ohne die Grafikerin Daniela Schulz hätte ich das einfach nicht hinbekommen, weil das Buch ist so zauberhaft geworden und mein inneres Kind lacht so voller Freude, wenn es dieses Buch sieht. Und das Cover habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil ihr die E-Mail bekommen habt. Und ich zeige euch jetzt mal das Cover. Da. Hier. Übrigens, das wird auch aufgezeichnet. Das heißt, alle diejenigen Mitglieder, die jetzt, weil das ist jetzt exklusiv für euch, die Buchvorstellung. Ihr werdet sehen, dass hier noch so einige Sachen sind. Das ist jetzt sozusagen die Druckfahne, die vor der finalen Fahne an mich zur Korrektur weitergegeben worden ist. Das kann ich jetzt mal löschen. Oder auch nicht bei der Druckfreigabe. Also das ist das Cover. Und auch da ist es einfach liebevoll. Und zu diesem Buch wird es auch noch ein Workbook geben und ein Journal. Also das heißt, die Übungen aus diesem Buch und noch weitere Übungen werden jetzt im Mai nochmal in ein eigenes Arbeitsbuch eingepflegt, wo ganz, ganz viele Reinschreibseiten sind, wo du dann die Übungen machen kannst. Das ist jetzt sozusagen das Werk, das Hauptwerk, wie sich das so schön nennt. Und ich zeige euch jetzt mal gleich die Innenseiten und dann werde ich euch erzählen, wie das Buch aufgebaut ist und warum, finde ich, jeder dieses Buch lesen sollte. Und ich hoffe, ihr werdet es ganz, ganz vielen Freunden und Freundinnen weiterempfehlen, denn die Thematik mit dem inneren Kind ist einfach eine, ja, zeitlose Thematik. Genau, jetzt habe ich auch das Buch gleich und dann habe ich euch gleich wieder und jetzt kann ich den Bildschirm freigeben. So, jetzt ist natürlich die allererste Frage, warum dieses Buch? Dieses Buch ist für mich deswegen so wichtig, weil ich in den vielen, vielen Jahren meiner Coachingpraxis erfahren habe durch euch und durch die Seminare, wie wichtig es ist, sich mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen und mit den Emotionen, die in dieser Kindheit sich verkapselt haben, die vielleicht durch Trauma, Schreck oder Schock oder durch verschiedene Urängste nicht erlöst worden sind. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und ich habe auch ein Vorwort geschrieben, herzlich willkommen, geliebtes inneres Kind, denn es ist für mich etwas ganz Besonderes, dass ihr mir dieses Vertrauen schenkt, dass ich mit euch an eurem inneren Kind arbeiten darf oder an den vielen inneren Kindern, die wir haben, weil wir haben nicht nur ein inneres Kind, sondern wir haben mehrere innere Kinder. Das ist das Kapitel, warum ich oder wie ich mein inneres Kind entdeckt habe oder entdecken musste, denn für mich war das so, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wie jeder Mensch mehrere Phasen im Leben hat, die nicht so besonders angenehm waren und ich bei meinem ersten Theaterengagement das Gefühl hatte, keiner will mich und ich habe angefangen, nicht nur angefangen, ich habe mich die ganze Zeit in meiner Kindheit abgelehnt und selbst gehasst, weil ich mir die Schuld für alles, was meine Eltern über mich als Blitzableiter ablaufen haben lassen, habe ich mir die Schuld gegeben. Und ich bin dann zu einem psychologischen Kinosäologen gegangen und der hat durch Muskeltest hat er sozusagen meine Traumatür geöffnet und ich habe dann mit einer Welle dann ganz, ganz viel entdecken dürfen, auch das, was ich jetzt an Talenten habe, also meine Intuition, meine Sichtigkeit und all das, da wurde die Tür dazu geöffnet. Also das ist das Kapitel, warum ich und wie ich dazu gekommen bin. Der Inhalt dieses Buches, ihr dürft euch vorstellen, es ist ein Zwölfstufen-Programm. Zwölf Stufen, warum? Weil ihr mit diesem Buch schön in eurem eigenen Timing ein ganzes Jahr über arbeiten könnt. Und ich habe aus der ganzen Coaching-Praxis in diesen 25, 30 Jahren, wie ich Coach bin, habe ich einfach gemerkt, es gibt Themen, die kann man zwar singulär bearbeiten, also man kann zum Beispiel, wie Kapitel 4, Selbstliebe, kannst du natürlich auch an der Selbstliebe einzeln arbeiten. Du kannst auch an der Dankbarkeit einzeln arbeiten. Du kannst auch, warum geht das denn jetzt nicht weg? Du kannst auch an der Dankbarkeit einzeln arbeiten, an der Vergebung einzeln arbeiten oder an Grenzen setzen, Nein sagen lernen. Du kannst an allen Kapiteln einzeln arbeiten. Und dennoch ergibt alles zusammen einen Sinn, also ein eigenes Leben. Denn man kann nicht nur das eine machen, weil das andere dann zu kurz kommt. Und dieses Buch, wie dieses Buch aufgebaut ist, ist ein Zwölfstufenprogramm, wie ich schon gesagt habe. Und der Beginn, sich mit dem inneren Kind zu verbinden, ist natürlich Verbundenheit. Um dein inneres Kind heilen zu können oder zu wollen, gibt es natürlich erstmal die Entscheidung, dass es in dir eins oder mehrere innere Kinder gibt, dass es unerlöste emotionale Anteile gibt, dass es Ängste gibt, Sorgen gibt, Zweifel gibt, Selbstanklagen gibt, quälende Gedanken, ununterbrochene Gedankenkarusselle. Das alles hat ja etwas mit deiner Kindheit zu tun. Das sind ja alles Muster, die du in der Kindheit erlebt hast und die dir in der Kindheit imprägniert worden ist. Also das, was wir immer Konditionierung nennen, das ist tatsächlich das, was in der Kindheit wie so ein Siegel eingebrannt wird. Wenn du dann dich mit dem inneren Kind verbunden hast, und ich will auch noch dazu sagen, dass jedes Kapitel hat, und ich zeige es euch auch dann, hat eine Vereinbarung mit dir selbst, mit deinem inneren Kind. Es hat eine Meditation, die du machen kannst. Es hat Affirmationen, die du sagen kannst zu jeder Stufe und immer wieder und immer wieder wiederholen kannst. Und es hat auch Übungen, meistens eine, manchmal zwei oder drei Übungen, je nachdem, wie stark dieses Kapitel Aufmerksamkeit braucht. Die zweite Stufe ist Selbstregulierung. Es ist wichtig, dass wir uns nicht von diesen ganzen Gefühlen überwältigen lassen. Weil ich habe auch beim Sonntagsfrühstück auch oft erwähnt, glaubt bitte nicht euren Ängsten. Die Ängste sind zwar da und sie sind super real und sie sind zu transformieren und anzuschauen, aber bitte lasst eure Entscheidungen, eure Lebensentscheidungen nicht durch eure Ängste bestimmen. Denn dann würdet ihr genau das machen, was das Gegenteil von Leben ist. Das Leben ist Entfaltung, Potenzialentfaltung, Anerkennung deiner Talente und das, was in dir liegt. Und es ist nicht, dein Licht unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, ich habe Angst rauszugehen, ich habe Angst überhaupt mich selber zu finden, ich bleibe in meiner Komfortzone. Wenn wir dann die Übungen gemacht haben zur Selbstregulierung und die Ängste auch anerkennen, dann werden wir diese natürlich auch loslassen. Und da ist meine ganz berühmte Meditation ausgeschrieben, die Meditation mit dem inneren, mit dem violetten Feuer. Da sind Affirmationen zum Loslassen und natürlich auch eine Übung zum Loslassen. Die vierte Stufe ist Selbstliebe. Ich habe gesagt, einzeln kann man Selbstliebe auch bearbeiten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie in einem Kontext, in einem eigenen Kreislauf bearbeiten, weil eins auf das andere hinführt. Nicht umsonst heißt es auch zwölf Stufen. Die fünfte Stufe ist Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge ist ganz, ganz wichtig für die Heilung des inneren Kindes, dass du dir Zeit nimmst für dich selbst und für die Dinge, die dich auch glücklich machen. Denn Selbstliebe ist die Grundlage. Also ich liebe mich selbst, wie ich wirklich bin. Ich bin in Ordnung, so wie ich wirklich bin. Aber sich dann auch um mich zu kümmern, das kommt meistens zu kurz. Und das kennen wir Frauen zur Genüge. Wir leben immer für die anderen. Und wenn es dann darum geht, Zeit für sich zu haben, dann machen wir zwar die schöne Badewanne oder die schöne, was auch immer, was quasi Selbstfürsorge und Sachen sind, aber es geht auch darum, tatsächlich Dinge zu tun, ganz bewusst Zeit, ein Date mit dir selber zu machen und dir Zeit für dich und deine Entwicklung zu nehmen. Also nicht nur das schöne, warme Bad oder die Duftöle oder das Hobby, sondern es ist auch tatsächlich die Entfaltung deines Potenzials, deine Talententdeckung. Die sechste Stufe ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist etwas ganz Faszinierendes. Wir sind meistens unglücklich, weil wir in der Vergangenheit leben, weil wir ständig uns Vorwürfe machen, warum hast du das nicht getan damals, warum hast du nicht gesprochen, warum hast du nichts gesagt, warum hast du diese Entscheidung getroffen. Also wir leben in der Vergangenheit und quälen uns damit. Oder wir leben in der Zukunft und haben Sorge, wie soll das alles werden, wie soll ich finanziell damit über die Runden kommen, ich fühle mich in meinem Job nicht wohl und und und. Also alle diese großen Lebensthemen, die finden in der Zukunft statt. Und die Achtsamkeit, Mindfulness auf Englisch, ist dafür da, dass wir im Hier und Jetzt leben. Und das ist das meist Missverstandenste überhaupt. Weil ganz viele sagen, im Hier und Jetzt leben, ja, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt. Und dann denken sie, das bedeutet gleichzeitig, keine Ziele zu haben, weil man darf ja keine Ziele haben, weil ich muss ja im Hier und Jetzt leben. Und das ist das größte Missverständnis, neben dem Missverständnis, was ist das Ego, ist hier und jetzt missverstanden. Hier und Jetzt durchzuatmen und seine Segnungen zu sehen, Dankbarkeit zu üben, das macht glücklich. Das heißt, Achtsamkeit macht glücklich. Ziele machen auch glücklich. Wenn ich im Hier und Jetzt Ziele definiere, ich definiere, wie ich zum Beispiel im Hier und Jetzt definiert habe, im letzten Jahr, im Juli, bis zu meinem 60. Geburtstag, habe ich dieses Buch veröffentlicht. Das hat mich glücklich gemacht. Das habe ich im Hier und Jetzt entschieden. Und ich habe jeden Tag im Hier und Jetzt daran gearbeitet und habe natürlich ganz, ganz viele Sachen, die mir das Leben vor die Füße geschmissen hat. Nämlich mein Vater ist im August verstorben, sehr plötzlich. Und da musste ich dann auch damit klarkommen, wie möchte ich mein Ziel verwirklichen und wie komme ich klar mit dieser Trauer, mit dieser Wut, mit dieser Unerlöstheit und mit diesen vielen inneren Kindern, die mein Vater auf diesem Weg liegen hat lassen, hilflos und ohnmächtig. Und die ich gedacht habe, dass ich sie schon verarbeitet habe. Und da kamen plötzlich ganz viele Erinnerungen hoch. Und einige davon habe ich dann in diesem Buch auch benannt, weil er ja gegangen ist und meine Mutter weiß das auch. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt alles aufschreiben, was er mir angetan hat oder meiner Mutter angetan hat, weil das wäre zu schmerzhaft gewesen für meine Mutter, die noch lebt. Aber sie hat auch in den Gesprächen, die ich mit ihr geführt habe nach dem Tod meines Vaters, hat sie gesagt, weißt du, eigentlich hat er uns noch viel mehr angetan, als wir uns selber zugestehen wollen. Also damit musste ich auch erst mal klarkommen und konnte dann wochenlang, wenn nicht monatelang, nicht schreiben, aber habe dennoch mein Ziel immer vor Augen gehabt. Der siebte Punkt ist mein Lieblingspunkt. Das ist die Kreativität, weil ich bin ein sehr kreativer Mensch, wie ihr wisst. Ich habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben verwirklicht. Ich habe viele Ideen, die mir wichtig sind. Ich will vieles ausprobieren. Ich bin tatsächlich neugierig, wie ein großes Kind mit großen Augen und schaue, dass ich viele Erfahrungen mache und einfach das auslebe. Ich bin natürlich grundsätzlich unglaublich dankbar für unglaublich viele Dinge. Und auch da kann man die Dankbarkeit auch mit einem Dankbarkeitstagebuch einzeln machen. In einem großen Kontext ist die Dankbarkeit etwas, was diese zwölf Stufen sehr, sehr wertvoll macht. Und die Vergebung, die Dankbarkeit, habe ich lange überlegt, ob ich sie am Schluss des Buches mache. Ich habe sie aber auf den achten Punkt gesetzt. Ihr werdet ganz genau wissen, wenn ihr das Buch dann lest, warum. Die Vergebung ist auch ein riesengroßes Thema. Viele Menschen sagen, ja, ich habe doch vergeben, aber ich habe nicht vergessen. Letztendlich ist vergeben und vergessen tatsächlich die gründliche Loslass-Transformation. Also Vergebung ist ein wichtiger Schritt zur Heilung des inneren Kindes. Das bedeutet aber nicht, dass wir das gutheißen. Das bedeutet nicht, wenn ich meinem Vater vergeben habe, dass ich das gutheiße, was er getan hat. Er bleibt immer noch dieser Charakter, der er war und der zum Schluss schwieriger und herausfordernder noch geworden ist, zum Ende hin, als er schon im ganzen Leben war. Also ich habe ihm vergeben. Ich habe es mir aber sehr gut gemerkt, aber ich leide nicht mehr darunter. Die zehnte Stufe ist Grenzen setzen. In diesem Kapitel lernst du Nein zu sagen. Es geht wirklich darum, dein inneres Kind zu schützen und zu stärken. Und Nein sagen ist mithin eines der schwierigsten Dinge, weil wir ja auch in die Urängste fallen. Wir wollen ja nicht abgelehnt werden. Wir haben Angst davor, dass die anderen Menschen uns dann nicht mehr mögen, dass sie uns ablehnen und, und, und. Und deswegen ist ein gutes Grenzen setzen wichtig, damit wir unsere Energie nicht verlieren und damit uns andere Menschen nicht absaugen können oder ausnutzen können. Und dennoch können wir in einer guten, erwachsenen Form Nein sagen. Das stärkt uns auch. Deswegen ist die elfte Stufe Stärken, Stärken. Und wir haben so viele Stärken, wir sehen sie nur so als selbstverständlich an, dass es uns nicht mehr klar ist, dass es eine außergewöhnliche Stärke ist, sondern wir machen einfach weiter. Wir leben einfach weiter und wir sehen gar nicht, wie wundervoll wir schon sind. Die zwölfte Stufe ist die Integration deines inneren Kindes. Wir haben ja so, so viel schon bearbeitet in den ganzen Stufen von 1 bis 11. Und jetzt geht es darum, dieses innere Kind in den Alltag zu integrieren. Das heißt, immer in einen guten Dialog zu gehen, wenn sich das innere Kind meldet. Denn wenn wir uns nicht mit dem inneren Kind beschäftigen und nicht aufmerksam und achtsam und wertschätzend mit dem inneren Kind im Dialog sind, dann meldet sich das innere Kind zu unpassendsten Zeiten. Also es meldet sich dann im Streit mit dem Partner, mit dem Ehepartner. Es meldet sich im Streit mit der Kollegin. Es meldet sich vielleicht trotzig oder patzig im Streit mit der besten Freundin. Es meldet sich vielleicht beim Chef. Oder es hat sogar eine Übersprungshandlung. Man will alles hinschmeißen und man sagt, ich kündige jetzt, es ist mir jetzt alles zu viel, ich will das alles nicht. Und dann, danach bereut man es, weil es einfach eine Übersprungshandlung war. So, das ist die Kurzform der zwölf Stufen. Und hier beginnt dann das Buch. Ihr seht, wie zauberhaft es gesetzt worden ist und wie wundervoll die Grafikerin Daniela Schulz daran gearbeitet hat. Und es ist leicht zu lesen. Man hat richtig Spaß und Lust, das zu bearbeiten. Und zu jedem Kapitel wird es ganz, ganz gründlich erklärt. Und dann kommen die Übungen dazu. Das heißt, das ist die erste Stufe Verbundenheit. Da erkläre ich, was ich mit Verbundenheit meine. Und dann geht es darum, dass wir auch in der Tiefe verstehen, was ist Verbundenheit, wenn ich mich mit dem inneren Kind verbinde, dann schaue ich mir natürlich auch die Bedürfnisse an. Was hat mein inneres Kind für Bedürfnisse? Und meistens haben wir Bedürfnisse, die nicht vom Gegenüber angenommen werden, nicht wahrgenommen werden. Und das führt dann zu verschiedenen Schmerzen und Verletzungen. Dann erkläre ich, was die vier grundlegenden Bedürfnisse sind. Ich werde jetzt nicht das ganze Buch erklären, aber ich will euch einfach zeigen, wie diese Seiten wundervoll gesetzt sind, von der Designerin wundervoll betreut und auch von der Lektorin. Und ich gehe jetzt dann zum Übungsteil. Da erzähle ich meinen Schmerz, warum ich mich mit dem inneren Kind beschäftigt habe. Und ich finde dieses Sprichwort aus Indien, eines Kindesschmerzen sind 100.000 Schmerzen. Das ist sehr, sehr wahr. Und hier kommen auch dann die Auflistung der selbstschädigenden Bindungsmuster. Wenn wir dieses innere Kind, also diese Bindungsmuster nicht bearbeiten, dann haben wir als Erwachsene in unserer Partnerschaft ein Thema, und zwar wiederkehrende Muster, die uns daran hindern, Nähe zuzulassen. Ich habe ja gesagt, in dem Übungsteil habt ihr immer Affirmationen. Also hier sind die Affirmationen, die könnt ihr immer für euch sagen. Die dienen auch dazu, die ganze innere Kindthematik zu integrieren, also auch im Alltag zu integrieren. Dann gibt es eine Meditation dazu. Und dann gibt es eine Übung. Hier seht ihr, das ist noch die Korrekturphase. Da habe ich dann das noch gestrichen. Und dann geht es schon in die zweite Stufe. Ihr könnt jetzt gerne, ich mache mal die Freigabe stoppen, so, ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen und mir erzählen, wie es euch gegangen ist, auch mit der Arbeit mit dem inneren Kind, als ich mit euch, einige von euch waren ja beim Seminar dabei, oder was habt ihr für Fragen dazu, oder was möchtet ihr gerne wissen? Wissen dazu. Sieht richtig schön aus, ja. Ich bin auch super, super stolz. Oh, danke schön. Was für ein wundervolles Buch. Ja, wunderbar. Einfach zauberhaft, Michaela. Danke, wie schön. Danke, danke, danke schön. Es ist als E-Book erhältlich und als gedrucktes Buch. Und beim Selbstverlag ist es so, dass es nur auf Amazon erschienen ist. Also es ist leider nicht im Buchhandel, sondern du kannst es nur über meine Webseite bestellen oder bei Amazon einfach reinklicken. Und das Workbook kommt im Mai. Du kannst mit diesem Buch, aber schon mit deinem eigenen Reinschreibbuch, weiterarbeiten. Also das Workbook ist dazu da, dass du dir immer wieder ein neues Workbook dann holst und damit arbeitest. Und das Journal, also das Tagebuch, das ist sozusagen alle schönen Farben, die ganze Grafik. Und das ist einfach ein inneres Kind-Tagebuch. Und dann kannst du dann darin so schön alles nochmal aufschreiben und ausschreiben. Ho'oponopono genau, das habe ich auch geschrieben, dieses Kapitel zu Ho'oponopono, weil ich habe Ho'oponopono kennengelernt, als ich auf Hawaii war. Vor, die Julia war drei, also 27 Jahren, da habe ich zum ersten Mal bei den Huna-Schamanen in Hawaii habe ich gelernt und bin dann in Berührung gekommen mit dem Ho'oponopono und habe auch über die heilende Kraft der Vergebung unglaublich viel gelernt. Also ich denke, das hat meine Erfahrung und auch meine Entwicklung sehr, sehr vorangebracht. Es ist mit so viel Liebe gemacht. Ja, das Buch ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht und sehr gestreichelt. Und wir haben also bis zur Veröffentlichung, bis ich aufs Knöpfchen gedrückt habe, haben wir noch das letzte Komma, da fehlte noch ein Komma. Und dann haben wir das Komma noch korrigiert. Also genau. Das Hörbuch, ja, das wird es auch als, das Buch wird es auch als Hörbuch geben, aber das wird noch ein bisschen dauern, ihr Lieben. Ich denke, als erstes werde ich jetzt erst mal das Workbook erarbeiten mit meiner Lektorin Lena Schiller und dann werde ich das Journal machen, damit diese Druckwerke draußen sind, damit ihr die sozusagen haben könnt und dann werde ich das Hörbuch machen. Ho'oponopono ist unbedingt für das innere Kind gemacht. Ho'oponopono ist ja ein Vergebungsritual und du musst dir vorstellen, also der Begriff das innere Kind wurde von Karl Gustav Jung geprägt, also dem Urvater der Psychologie. Und er meinte damit die unerlösten emotionalen Anteile. Also wenn du Groll hast, wie zum Beispiel jetzt ich in Richtung meines Vaters, dann ist das eine unerlöste Emotion. Und dann ist natürlich mein inneres Kind wütend auf meinen Vater. Das ist nicht die 60-Jährige, die wütend ist, die denkt sich, meine Güte, der ist jetzt 84 geworden, er hat es die ganzen Jahrzehnte nicht gelernt, dann akzeptiere ich das. Also dann ist das ja eher eine Akzeptanzgeschichte. Aber sobald Emotionen hochkommen, haben die etwas mit der Kindheit zu tun, mit der Pubertät und mit dem jungen Erwachsenen. Also auch in der systemischen Familienarbeit ist es so, wenn etwas Signifikantes passiert ist, das innere Kind oder der junge Erwachsene ist bis zu seinem 25. Lebensjahr gemeint. Man ist nicht erwachsen mit 18. Das ist vielleicht vom Start aus, dass man dann verantwortlich ist für den Mist, den man vielleicht macht. Aber emotional ist man unter 25 überhaupt noch nicht reif. Deswegen sollte man auch gar nicht heiraten oder Kinder kriegen, finde ich. Man sollte erst mal sein eigenes Zeug bearbeiten. Ein tolles Buch, das motiviert, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke für deine wundervollen Erklärungen. Vielen Dank. Steffi, du hast die Hand gehoben. Jetzt bist du wieder weg. Du kannst dich gerne melden, wenn du eine Frage hast. Genau, der Aufbau. Ich habe heute ein Interview gegeben und ich habe gesagt, das kam so aus mir raus, ich habe gesagt, ich finde, wenn man junge Erwachsene in seinem Bekanntenkreis hat und die haben eine Beziehung begonnen, dann sollte man ihnen dieses Buch schenken, weil die sollen sich wirklich mal damit beschäftigen, all diese ganzen Stufen und sich das mal anschauen. Dann verstehen sie so viel mehr und auch die Beziehung zu den eigenen Eltern wird dann viel, viel besser, weil man die eigenen Eltern dann auch so lässt, wie sie sind, wenn sie so sind, weil sie werden sich eh nicht ändern, wenn sie es selber nicht wollen. Wir sind ja alle Eltern und wir können uns nur ändern, wenn wir tatsächlich Ja zur Veränderung sagen. Sonst können wir das überhaupt nicht. Das wissen wir auch. Oh, wie süß. Vielen lieben Dank. Das Kindlebuch ist genau das Gleiche. Genau. Also, ich gehe mal auf meine Homepage. Die habe ich hier auch offen. Genau. Dann teile ich mal den Bildschirm zu meiner Homepage und dann zeige ich euch das. Tada. Ihr kennt ja meine Homepage. Da geht ihr, scrollt ihr einfach runter, michaelamerten.de und hier geht es zum E-Book und das ist genau das Gleiche. Also natürlich ist es genauso gestaltet, wie das Druckbuch, wie das gedruckte Buch. und das ist super, super schön und super zauberhaft. Stefanie, jetzt bist du wieder da. Gut. Das war eine andere Steffi. Eine andere Steffi. So viele Steffis. Nur eine kurze Frage. Die Meditation, die du im Buch hast, findet man die auch bei Happiness House oder so? Ja, einige. Also nicht genau die, weil die habe ich extra für das Buch neu geschrieben, aber die Thematik schon, weil ich habe ja bei Happiness House über 120 Meditationen und wenn du zum Beispiel jetzt in dem Buch eine Vergebungs- oder eine Loslassmeditation suchst, dann findest du bei Happiness House natürlich Loslassmeditationen oder Stärke, deine Stärken. Das gibt es natürlich dann auch bei Happiness House. Und aber genau die Wort für Wort, die wird es dann im Hörbuch geben. Okay, weil ich brauche immer deine Stimme an der Seite, dass ich mich fallen lasse. Oh, wie schön. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Wacht, das hast du dir verdient. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich so. Ich platze vor Stolz. Das ist ganz schrecklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, weil ich bin auch so berührt, weil ich einfach, wie das so schön heißt bei den ganzen Coaches, walk your talk. Du musst ja sozusagen das leben, was du ja weitergibst, was du weiterlehrst. Und ich bin immer ein großer Advokat dessen, dass ich einfach das, was ich sage, auch tatsächlich mache. Und ich weiß einfach, dass, und jetzt sage ich das unpopuläre Wort, Selbstdisziplin, dass das einfach unglaublich zielführend ist. Und natürlich bin ich nachts, morgens, ich bin die ganze Zeit mit diesem Buch und noch ein Kapitel und noch und Korrektur und dann meine Lektorin. Meine Lektorin hatte so viele Korrekturen, ohne die, und ich bin nicht kommasicher, muss ich dazu sagen. Also ich schreibe, und dann ist das Komma bei mir gefühlsmäßig. So nach dem Motto, da müsste jetzt ein Komma kommen, weil ich würde jetzt da einatmen an der Stelle. Aber das ist ja nicht so. Und so. Und dann gibt es diese Rechtschreibungsgeschichten. Also das ist jetzt nicht so meine absolute Stärke. Und deswegen habe ich einfach professionelle Unterstützung von ihr geholt, weil ich auch durch die Erfahrung mit den ganzen Büchern, die ich mit Pierre und die ich bei Pierre mitbegleitet habe, unterstützt habe und bei allen Verlagen mit der Herstellung mitbegleitet und unterstützt habe, ich habe immer die ganzen Freigaben gemacht, die Druckfahnen, die finalen Korrekturen nochmal angeschaut und nochmal angeschaut und so. Und das ist unglaublich zeitintensiv. Und Pierre kann ein Lied davon singen, weil ich die letzten zwei Wochen wie eine, also ich war eigentlich angeklebt an den Tasten mit solchen Augen und so. Und so. Ich muss jetzt hier und nochmal schauen und dann habe ich noch was gefunden und noch was gefunden. Also, ich werde auf jeden Fall das Hörbuch sprechen. Ich lasse doch niemand anderen das Hörbuch sprechen. Mein inneres Kind wird ganz empört. Natürlich spreche ich das selber. Ich meine, wir haben natürlich auch den großen Vorteil der Pierre und ich, dass wir ja professionelle Sprecher sind und ich so viel schon gesprochen habe. Also das ist für mich, ich bin auch berühmt gewesen dafür, dass ich seitenweise gesprochen habe, ohne mich zu versprechen. Und deswegen hat man mich auch sehr, sehr gerne genommen, weil dann der, der den Schnitt gemacht hat, nicht so viel schneiden musste. Genau. Gibt es noch Fragen zum inneren Kind? Die Online-Seminare, also die Online-Zoom-Seminare, mache ich wieder Teil 1 und Teil 2, die sind ja in sich abgeschlossen, wieder im November. Das könnt ihr dann auch sehen. Und wenn ihr das Buch habt, dann fangt ihr natürlich dann im November, falls ihr das Seminar bucht, schon auf einer ganz anderen Einstiegshöhe an. Das ist ja ein wirkliches Grundlagenwerk. Wann denkst du, wann das Hörbuch fertig ist? Na, du hast ja mal gleich hier, zacki. Wenn im Mai das Buch rauskommt, dann habe ich ja dann auch noch das Retreat in Glastonbury. Also dann bin ich ja eine Woche lang mit meinen Teilnehmern unterwegs. Lass mich schauen. Ich kann es im Juni anfangen, glaube ich. Also ich denke, vor meinem 60. Geburtstag, weil der 60. Geburtstag ist am 31. Juli. Und das schaffe ich. Das schaffe ich auf alle Fälle. Ein Vorleseabend, das ist auch eine super Idee. Das ist auch eine super Idee. Lass mich das mal in meinem Herzen bewegen. Aber das ist eine super Idee. Also auf jeden Fall wird der Pierre ein Interview machen bei YouTube mit mir. Cheers to that. Und ja, das stimmt. Ich, wenn ich das gedruckte Buch mal habe, ich habe es ja auch noch nicht, dann werdet ihr auf Instagram sehen, wie ich das dann auspacke. Voller Stolz. Ja, gibt es noch Fragen dazu? Wo ihr es bestellen könnt? Ihr braucht nur Michaela Merten, Inneres Kind einzutippen oder auf meiner Homepage. Liebe Sabine, du hast eine Frage. Ein Mikro an? Ja, kannst du mich hören? Ja, jetzt. Ich habe eigentlich keine Frage, aber ich muss einfach meine Freude aus. Ja, wie schön. Ich finde das so toll, dass ihr einfach wahr macht, was ihr uns beibringt, ja, mit den Zielen. Ein Buch schreiben muss so viel Arbeit sein. Und ich finde das so toll, dass ihr das so ein profundes Wissen, dass ihr das auch in Buchform anbietet, weil so ein Kurs ist ja auch teuer für viele Leute. Und dann können wir schon mal anfangen damit. Und ich merke, wie ich mich in zweieinhalb Monaten jetzt schon am Transformieren bin, wo andere Dinge passieren um mich rum. Und ich muss ja einfach mündlich gratulieren. Ich finde es einfach so toll, dass ihr so viel auch arbeitet. Also ihr seid echt ein Rollenmodell für mich beide, Pierre und du auch. Und ich finde euch beide einfach, ich habe euch richtig lieb. Ich kriege euch richtig, ja, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt passiert über so eine Plattform. Aber ich lerne euch kennen und ihr seid ehrlich und ihr macht das, was ihr sagt selber. Also ich bin jetzt schon wieder mit meinem Projekt ein bisschen ins Stocken geraten. Und jetzt ist einfach, dann denke ich an Michaela und dann Pierre und denke, komm, die machen das auch. Und so möchte ich werden. Also ihr seid irgendwie wie älter für mich, oder so wie nette Eltern. Das ist gut. Ah ja, dankeschön. Ich bin ganz berührt. Also ich muss einfach sagen, Entschuldigung, ich habe keine Frage. Alles gut. Ich bin ganz berühmt, dass meine Kontakte nicht so beschwimmen. Es gibt auch in dem Buch, weil du jetzt gerade so erwähnst, so nette Eltern. Ich finde das wundervoll, dass wir für euch nette Eltern sein dürfen, dass ihr uns dieses Vertrauen entgegenbringt, weil wir doch tatsächlich alle und ich weiß das einfach, weil ich ja so viele Menschen jetzt schon in den Seminaren erlebt habe. Und ich muss dir sagen, ich höre Geschichten, die sind so grausam teilweise. Ich habe wirklich, ich habe immer gedacht, ich habe jetzt schon wirklich jede Geschichte schon gehört, was in der Kindheit alles passieren kann. Man glaubt es nicht, was alles noch einem erzählt wird. Und da ist jedes Mal mein Herz so. Ich denke, meine Güte, wann schaffen wir das endlich gemeinsam als Menschheit, uns wirklich liebevoll zu behandeln? Und da meine ich jetzt nicht, dass man mal zackig ist oder so. Ich bin ja auch manchmal zackig, dass ich sage, jetzt komm und jetzt mach und so. Aber das, was an, ich habe das auch in meinem Buch, was mein Vater teilweise mit mir veranstaltet hat, dann denke ich mir, wie kann das angehen? Wie kann man ein so wundervolles Kind, also ein zartes, neues Wesen, wie kann das sein? Und ich glaube, ich werde es nicht verstehen und ich weiß nicht, ob ich es in dem Leben noch sehen werde oder erleben werde, dass die Menschheit endlich aufhört, sich gegenseitig so zu behandeln. Aber ich kann nur sagen, dass ich und der Pierre auch, dass wir nicht müde werden, Tag und Nacht dran zu arbeiten, dass die Schwingung erhöht wird, dass wir immer wieder uns daran erinnern, wie gesegnet wir sind, wie gesegnet wir sind. Ich habe gestern einen Freund getroffen, der war in Ägypten, zwei Wochen, und der hat mir etwas erzählt, was ich jetzt nicht erzähle, was mit kleinen Mädchen da passiert. Und der war so außer sich und er hat es zum ersten Mal erfahren. Ich weiß es schon seit über 25 Jahren, weil ich viel in Afrika gearbeitet habe, für Benefizorganisationen und Wasserstiftungen und, und, und. Mein Thema ist ja auch Wasser. Und es gibt immer wieder Dinge, die man neu erfährt und gegen die man unbedingt etwas tun muss. Unbedingt. Und das ist, wie gesagt, es ist wahrscheinlich so ein Konzept, die Menschheit ist wahrscheinlich so ein Zwangsoptimierungskonzept, weil anders kann ich mir das gar nicht erklären, weil kein Mensch will ja leiden und kein Mensch will andere leiden sehen und dennoch macht das Kollektiv was auch immer. Also es ist alles ganz, ganz schwierig und deswegen hoffe ich sehr, dass euch dieses Buch gefällt. Also ich habe einen tiefsten Herzenswunsch. Wenn ihr euch dieses Buch anschaut und wenn es euch gefällt, bitte, bitte, bitte lasst bei Amazon fünf Sterne Rezensionen. Wenn es euch nicht gefällt, dann habe ich eine Bitte, bitte keine Rezensionen schreiben. Wisst ihr warum? Weil Amazon einen total bestraft, wenn man keine fünf Sterne hat. Also wenn es euch nicht gefällt, schmeißt es mir beim Sonntagsfrühstück ins Gesicht. Macht mich fertig beim Sonntagsfrühstück, aber ich bitte euch nur fünf Sterne da zu lassen, wenn es euch tatsächlich auch gut tut und gefällt. Ja, also das wäre mein großer Wunsch, weil dann komme ich bei Amazon auch ein bisschen höher und dann wird es auch anderen Leuten vorgeschlagen, weil der Algorithmus ist ja nun artifizielle Intelligenz, wie wir wissen. Also das ist ein riesengroßes kollektives Gehirn im Hintergrund und das macht nur Dinge, die es will und wir können es auch, ja, ich werde es mir sofort bestellen. Wie toll, danke schön. Wie schön. Ja, ja, also lass uns unsere Segnungen, count your blessings, lass uns unsere Segnungen zählen, lass uns in die Dankbarkeit gehen, weil ich habe in dem Kapitel Dankbarkeit, und das erzähle ich auch immer wieder, ich habe ja den Urvater der positiven Psychologie kennengelernt, der ist jetzt auch schon ziemlich alt und den Martin Seligmann und den habe ich bei einem Vortrag in London und da konnte man dann später nochmal hingehen und mit ihm quatschen und er wurde gefragt, was wäre denn bei all diesen ganzen positiven Psychologie-Tools und diesen ganzen Studien, was ist denn dein, also ihr, aber auf Englisch gibt es ja kein Ziel, was ist denn dein absolutes, ultimatives Tool, damit wir in die Glücksfähigkeit kommen und damit wir wieder Glückshormone ausschütten? und er sagte, das Dankbarkeitstagebuch, also das Glückstagebuch, das Dankbarkeitstagebuch, ständig sozusagen sich wieder daran erinnern, wie gesegnet wir sind, wie gut es uns geht, was wir alles haben, selbst wenn wir das Gefühl haben, ich habe nicht genug, aber wenn wir ins Mangelbewusstsein gehen, dann schütten wir wieder Stresshormone aus und selbst wenn ihr vielleicht euch im Mangel befindet, also weil ihr was auch immer Themen habt, bitte, bitte schaut nicht dieses Mangelbewusstsein an, sondern schaltet den Lichtschalter um und schaut wirklich, dass ihr euch selbst für die kleinen Dinge bedankt, für die kleinsten Dinge bedankt, weil dann das Gehirn in die Glücksfähigkeit geht, Glückshormone ausschüttet und ihr dann mehr Lösungen für die Themen, die euch in eurem Leben zwicken oder zwacken, zur Verfügung habt. Ja? Okay. Ich habe wieder damit angefangen und es tut mir gut, da ich aktuell erkrankt bin. Genau, genau. Es hilft. Es hilft, sich auf das Gute zu fokussieren. Ich habe das Buch gestern mit, bestellen wir mit, es kommt morgen. Super, wie schön. Da bin ich total gespannt. Ich lese auch normalerweise immer auf dem Kind, aber dieses Buch möchte ich lieber in meinen Händen halten. Oh, wie schön. Superschön. Ich danke jeden Abend mit einem Gebet. Genau, genau. Ich lag gestern im Bett, also hatte schon fast das Licht aus und man glaubt es ja gar nicht. Die kleinsten Wesen haben ja eine unglaubliche Präsenz und es war eine winzig kleine Mücke, also keine Stechmücke, gar nichts. Es war so eine fruchtfliegengroße Mücke an meinem Fenster. Und ich dachte mir, wow, die Schöpferkraft hat so ein kleines Wesen gestaltet und der Mensch kann das gar nicht. Der kann es nur kopieren, klonen, aber der kann nicht aus sich etwas Neues, Lebendiges gestalten. Und ich habe die natürlich nicht platt gemacht. Ich mache sowieso kein Tier platt. Heute habe ich draußen die Tasse vergessen und dann war so ein Tier drin und ich gleich sofort zack raus in den Garten. Also ich, wenn ich ein Tier platt machen muss, dann schicke ich es sofort in Licht und Liebe. Also Stechmücken sind manchmal dann doch einer schnelleren Transformation unterlaufen als so. Und dann schicke ich die und segne die sofort. Ja. Okay. Vielen Dank. Gratuliere recht herzlich zum Buch, liebe Michaela. Das ist super. Genau, wunderbar. Ich danke euch ganz, 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 ganz doll. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen zum inneren Kind, warum man das innere Kind unbedingt bearbeiten sollte, anschauen sollte, warum es so unglaublich wichtig ist? Ich mag auch sehr gedruckte Bücher. Ihr kennt ja unsere Bücherwand. Ihr habt auch auf Instagram gesehen, wie ich aufs Knöpfchen gedrückt habe. Das ist unsere Bücherwand. Da sind noch viel mehr Bücher, die quellen sowieso rechts und links überall raus. Ich hatte auch, aber ich finde Kindle, also eine E-Book-Phase auch gut, besonders wenn man in den Urlaub geht. Weil früher haben wir, der Pierre und ich, haben mehr Bücher mitgeschleppt auf die Malediven zum Beispiel als Klamotten. Und wir haben dann wirklich ein Meta-Buch immer dabei gehabt. Jetzt sind aber die Malediven so schön und ich tauche so viel und so gerne. Warum sollte ich Bücher mitschleppen? Aber wir haben es immer getan. Deswegen ist die Kindle-Erfindung eine sehr gute für uns. Genau. Okay, ihr Süßen. Also, dann, genau, dann lass uns doch noch, ich habe hier noch ein bisschen was, lass uns noch noch anstoßen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ich freue mich sehr, wenn ihr euch dieses Buch schenkt und euch eurem inneren Kind dieses Buch gönnt. Und es ist so viel geballtes Wissen drin. wirklich, es ist so viel, es ist aus meiner ganzen Erfahrung das ganze geballte Wissen drin. Und es ist, macht es in eurem Timing, schreibt viel und verdrückt auch ein Tränchen oder zwei. Ich habe es auch getan und meine Lektorin und meine Lektorin hat gestanden, dass sie auch ein Tränchen oder zwei verdrückt hat beim Korrigieren des Buches. Das ist gewollt, weil diese Tränen sind Reinigung, die reinigen die Seele und die befreien das Herz. Also dafür ist das da. Also ich stoße auf euch an, weil es euch gibt. Ihr seid unsere Berufung, das wisst ihr. Das wisst ihr. Ohne euch gäbe es uns nicht. Ohne euch werden wir nicht halb so glücklich, wie wir sind. Und deswegen, ja, vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ich liebe euch. Ich liebe auch alle eure inneren Kinder, die immer wieder sich melden und sagen, ich, 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 ich will was wissen und ich will mich weiterentwickeln. Also, von Herzen auf euch. Knutsche dich, liebe. Genau. Also macht euch mal alle laut und dann knutschen und knuddeln wir uns und Herzlichen Dank. Gratulation. Tschüss.